wir starten jetzt mal die aufnahme jetzt neues spiel neues glück sehr verehrte zuschauer jetzt hat daddy sein heavy drin und jetzt wird jetzt wird geklatscht so muss uns guter schluss mit lustig schaumma heute fahren wir ein bisschen mit mario und roger guten abend roger hat die zweitschönste stimme im clan nach mir roger die lauteste er kann keine und dann wird es noch nicht eingeschüchtert und viel was für uns das ist so weit das schon mal was guckt und ich bin offen recht naja ich habe mir schon fast klar, dass da einer steht wieder offen und da nix da ist nichts und da war nix jetzt können wir das ist sehr unangenehm, der Leid da drin oh, jetzt fährt er los, weißt du eben ne halbe Stunde so, der Leid ist tot, das ist schon mal sehr gut jetzt können wir ein bisschen arbeiten, ne? ja ich hab wohl da nicht getroffen gut guck, die kommen hier lang dank, auch nicht böse ey Junge, das ist zu frech glaubst du eigentlich, wer du bist, oder? amix hat mich entdeckt oh, warte mal, sag doch was Mario er stirbt einfach wieder heimlich, still und leise jetzt hat er überlebt da habe ich ihn, alles gut und amix ist gleich tot mhm, mhm halt gleich muss ich ja nach links gucken, wo man heißen vor'n Teil so, der ist ab, ja aber schade naja, Artym hoch ich würde sagen, Artym hoch naja, ich weiß ich würde die Namen eigentlich, aber was du die nimmst hi boogie boy also, ich kann nicht mehr nach vorne hier links müsste mich mal einer unterspitzen oh, ich komm stell dich hinter mich der Tiger II der Tiger II ist fast down der da immer rüber oh, ich ja, wir haben ihn ja Arty, Schäfer ja, Artyr, Schassen ja, Artyr, Schäfer ja, Artyr, Schassen ja, Artyr, Schassen und ich hatte die Dorn Oh oh oh, Pilzer. Die haben sich versteckt da hinten. Guck mal. Die haben sich verbunkert. Die haben sich verbunkert. Mal gucken. Hat der gemacht? Ich hab dich, du Krampel. Warte mal, bis ich nachgeladen hab. Warte, ich hab nur 0%. 0%? Das ist auch nicht viel. Die Art hat sich auf mich eingeführt. Ja, mich auch. Habt ihr den rechts? Ja, okay. Ich würde nächstes den Tiger ficken, okay? Nimmst du den rechts raus, den Type? Ja. Roger? Guck zu mir, glaub ich. Guckst du dir? Ja, ich hol mir den Tiger. Komm, Tigerchen. Ich noch was. Wo ist er denn? Der Tiger hat sich droppen lassen. Wieso kommst du an den Suran? Die dumme Sau. Muss sein. Warte. 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 Noch was? Ja, der ist ja schon tot, Monje. Tiger Clicker ist rechts oben. Come on. Ich hab ja gar nicht mehr in Langform. Der Jagdpander schimmelt auch ab da oben. Naja, ab da oben. Ach komm, scheiß drauf. Alles muss man selber machen. Alles, Leute. So, jetzt hat Papa mal aufgeräumt, ne? Hörgermit, ich fahr mit. Vor jetzt. Wo der Arti gleich schießen wird, vielleicht. Aber nicht dicht im Rand, dann ist er weg. Das hat er schon irgendwie, lieber Arti. Nein, Clickerboy. Na schön. Schönes Ding, schönes Ding, ne? Da hab ich auch nicht viel gemacht. Hey, ich hatte jetzt die Schnauze voll vom letzten Spiel. Ich hab jetzt selber einen Heavy genommen. Das ist nicht wahr, ey. Ich bin halt eher so der Turniertyp. Wenn die Aufnahme läuft, drück ich meinen RNG-Button. Ne? Und dann klappt es. Oh, ich hab aber nicht viel gemacht, ja. Naja, ich hab sowas gearbeitet. Jawoll, läuft, oder? Ja. Papa ist dabei. 2.500 Stunden. Ist doch schön. Dabei sein ist alles, Roger. Mhm. Liebe Zuschauer, wollt ihr noch eine Objektrunde sehen? Daumen hoch dafür, bitte. Ich denke mal, ich kann gut mich in euch hineinversetzen. Ihr wollt noch mal eine Objektrunde sehen. Also machen wir noch mal rein, ne? Na gut. Man nennt mich auch den Seher von World of Tanks. Schmatz, schmatz. Jetzt kommen wir gegen Zehner, weißt du? Schönes Ding. Ja, den hab ich lange nie gehabt. Aber haben wir da nämlich den Heavy. Eisenfront nimmt die Toilette mit. Wunderbar. Los geht's. Aber der T-103 ist ein ganz guter Tank. Er ist zwar hässlich wie die Nacht, aber... Ja, so wie ich. Ach. Umso hässlicher hat der Tank, umso schöner der Kommandant, oder? War das nicht ein altes World of Tanks-Sprichwort? Ich bin genauso hässlich wie der Tank. Ah, ja, 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 ja. Das ist immer der Neuner. Also ihr könnt mich unterstützen, wenn ich mit Paypal... Also ich mit so hässlichen Typen spielen muss, ne? So, wo haben wir denn? Ich fahr hoch, ne? Bisschen Gruppen kuscheln an der Burg oben. Ich bin so langsam mit meinen Löwen. Nö, nö, ich mach das alleine. Alles gut. Komm mit. Hochhut kommt vor dem Fall. Ich muss ganz schön meinen Turm arbeiten, ne? Ja, ja, ja. Los geht's. Was denn los? Ja komm, ST1. Und wie ihr alle wisst, liebe Zuschauer, ich bin ja eher so ein Oldschool-Player, ich hab das Begegnungsgefecht gerne, ne? Also das ist ja wirklich was Wunderbares, ne? Da gab er vier noch langsamer als ich. Das ist nicht möglich, oder? Tatsächlich. Aber ohne vier. Ich könnte mich noch quer vor ihn stellen, aber ja noch langsamer. Das reicht. Machen wir nicht. Oh, 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 oh. Wir sind aber viel hier oben, hm? Oh, 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 oh. Ah, ja, ja. Ja, genau. Toilettenhahn. Was macht Mario? Ich drehe wieder um. Ah. Das heißt, so lang, du kannst dich nicht mehr drehen in der Kasse. Ja, ja. Wenn du schnell mit dir was mitgekommen. Ich wollte doch nicht. Ja. Ja. Wir waren zwar langsam, aber stetig. Mhm. Ja, das wird doch langsam. Ach je. Etch. Ja. 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 Ich will nur seine Kaputle zeigen. Ja. Ich treffe nur noch was. Ich kann nur noch nicht schlechtes zum Welten. Ja. Da kann man doch mal ein bisschen raschen, oder? Oh, wir haben einen E-75 oben. Der Big Boy ist auch da. Ja. Nichts hoch, ja. Ja. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Abgebrannt. Und der... Du... Ja, was machen wir unten? Da müssen wir was tun, ne? Der Big Boy ist so weit. Ach doch. Jetzt dort dich machen. Verschießen. Nicht. Ganz wichtig zu diesem Zeitpunkt, liebe Zuschauer, die Kanone im Spiel halten und die HP. Nein. Nein. Kleine Kaputle da oben. Nicht durchkommen. Oh, was schießt denn dein? Schießt ja bis zum Moment. Ein Panzerchen. Nein. Kannst du wirken? Ja? Nein. Nein. Ich kann D-75. Wolle ich in Russen? Kommst mit? Das ist doch voll. Eben, das ist das Problem. Dann nehmen wir ein bisschen mehr. Der Typ ist noch voll, ja. 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 Es fällt unten, haben wir. Statt. Na komm, mein kleines. Ich kann mich durch. Ja, ich kann mich durch. Ja, ich kann mich durch. Na egal. Also komm, Roger. Ja. Wir rushen den jetzt. Unser Schweigekämpfer ist vorgefahren. E-75 oder? Ich geh erst auf den Type. Ich werde mal ein bisschen blicken, ja. Oh, wir hören ja. Wann das so schön ist? Hä? Ich hab noch ein Recap gemacht hier. Nee, wir haben zu lange gewartet. Hast du nichts gesagt Mario, dass du da hoch kommst? Ja, ich hab gedacht, das schaffe ich gar nicht mehr. Ich war fast down. Er muss noch viel lernen. Ist auch noch voll, aber. Kleiner Paderwan. E-75. Dann hätten wir dir mehr helfen können. Ja, hätte man durchgeziehen können. Ja, hätte man durchgeziehen können, ne. 3.000 schon. Dann hättest du locker 5.000 machen können. Ja, ich hab das schon gemacht. So, neuner Hunde. Come on. Oh, Mann. Hm? Er hat 3.000 Schaden gemacht. Ja, aber wenn er was gesagt hätte, dann hätte man drücken können, weißt du? Ja. Wäre jetzt ganz anders gelaufen. Meine Kononen, oder? Wenn ich ruhig bin, konzentriere ich mich. Das musst du dir immer merken. Ja. Wenn du ruhig bist. Das ist doch das Gute am Zug-Gameplay. Man kann ja miteinander reden. Ja, war mein Fehler. Aber ich hab's heute eh nicht so mit dem reden. Mach doch den Mund zu. Du wolltest doch aufnehmen, Mario. Dann brauchst du doch nicht mehr reden. Machen wir. Okay, dann rede ich jetzt. Red mal. Erzähl uns ne Geschichte. Kommt. Und die Zuschauer. Er schweigsame Mario. Rambo. Ach ja. Das waren noch Zeiten. Sonst wärt er immer froh, wenn ich ruhig bin. Okay. Jetzt bin ich mal ruhig. Ist auch nicht okay. Fällt doch irgendwas. Irgendwas fehlt, ne? Irgendwas fehlt, ne? Irgendwas fehlt, wenn ich ruhig ist. Ganz schlaue Kommentare und so. Was sind das jetzt hier? Das ist Finanzamt-Rottscher. Auweier. Putz, wir fahren mal nach vorne. Wisst ihr was? Ich bin zwar made, aber ich fahre auch ein bisschen zu den Hellys. Ich hab jetzt Bock irgendwie. Ich muss noch ein bisschen was zeigen hier. Ich hab dann den Wegplatz für den Rumpfauer. Phase 1, 2 E 75. Ah, den TNT, den mag ich auch mal. Und du knallst aber nach vorne. Wir kommen gar nicht hinterher. Ich versuche meinen Geschwindigkeitsvorteil auszunutzen. Der Skoda ist aber auch sehr schnell. Ich werde dann soweit. Es ist dein Auftritt. Dann kommst du ja durch. Ja. Wirkungs-Treffer. Ja. Habt gesehen, ich hab versucht das Gelände auszunutzen. Hat aber nicht ganz gereicht. Ja, vielleicht. Okay, ihm hat's gereicht, aber mir nicht. Komisch. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ciao. Dann wird er da. UBB. Da wird's ein. E 75 oben rüber. Ja, sehr schön. Guckt schon hier rüber. Kleine Spitzbube. Ich hab ihm so einen Eingegeben. Abfaller. Ja, das ist jetzt schlecht. Ich hab schlechte Capola. Der rüber und steht. Das Problem ist am Russen, er hat absolut keine Gun Depression. Ja. Ja. Der T54. Das ist das. Das. Und jetzt hab ich dafür 1000 gezogen bekommen, glaub ich. Ja. Ich hab meinen hier. Ja. Ich hab meinen hier. Schön rausgelockt. Ja, da kommt noch ein Level Feuer. Ja. Ja, aber warum? ich soll ja ich habe oder durch jetzt kommen wir uns holen auf links 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 zu bringen da kommen wir nicht an weil der partner davor steht das weg rechst du wieder aufpassen? wo rechts? wo rechts? oh genau komm mal durch die tds passen auch sehr schön sehr schön es hat man selten dass die tds mitdenken also nichts gegen td fahrer aber ganz ganz selten gerade im random ich komme nicht durch die kaputt 50 geiert über hinter ihr abholen wir fahren von hinten jetzt ran man habe ich gerade gewedelt leute aber das ist eine typische medrunde auf der heavy ecke ich habe zwei mal reingeschissen mit der gun depression wenn ich nicht da gewesen wären sie schneller gekommen auf der einen seite ich war ganz alleine ich konnte nicht weg fahren laden wir den schund mal hoch ihr könnt trotzdem ein abo abschließen ok tut mir zum gefallen ich habe so viele zuschauer die gucken meine videos ich habe sie in den statistiken gesehen aber ganz wenige leute abonnieren meinen kanal und es ist wirklich gratis ihr müsst nichts dafür bezahlen war nur spaß ihr macht doch was ihr wollt macht doch was ihr wollt leute so gute leistung leute gut ja aber ich ich werde nur diese drei spiele lädt es die ganze nacht ja das ist so das richtig geil im konk gewesen die ecke da hast du richtig gut arbeiten können richtig schön kannst du da arbeiten aber nicht so rein scheißen mit dem russen mit aber egal ich wünsche euch einen schönen tag alles gute und ihr wisst bleibt gesund genau bleibt gesund und kommt wieder genau bleibt gesund und die liebe und die liebe ja wir werden jetzt noch ein bisschen philosophieren wir lassen ja aber jetzt nicht dran teilhaben also bis dann ciao kakao kakao kakao